Moin Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Football-Bit. Heute allerdings das erste 96-Bit und zwar geht es um den Transfer von Mike Steven Beere und den Transfer von Oliver Sorg. Dazu ein bisschen anderes Setup, ich habe meine beiden Hände frei, das heißt ich kann auch wild gestikulieren und meine Meinung zu den Themen sagen. Wie immer lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt und wir starten durch mit dem Thema für die heutige Episode. Ja, Hannover 96 steht vor einem Personalumbruch, das sollte ganz klar sein. Beispielsweise wurden bereits die Leistungsträger Ilas Bebo und Niklas Völkuk verkauft. Allerdings ist es jetzt auch so, dass mehrere andere Stars bzw. Spieler vor dem Abgang stehen. Beispielsweise namentlich zu nennen, weil dem Anton, der immer mehr Interesse von vielen Bundesligisten und internationalen Top-Klubs auf sich zieht. Dazu Mike Steven Beere, der wechselt nach seiner Leihe im vergangenen Jahr zum FC Barnsley. Der hat ja im Endeffekt den Aufstieg geschafft in die 2. Liga mit Daniel Stendel, dem ehemaligen 96-Trainer und da wird er jetzt auch weitermachen. Es wird von vielen als großer Verlust gesehen und als wieder mal ein Talent, das man verschenkt. In meinen Augen, er hat in der 3. Liga 7 Scorer gemacht in 35 Spielen, in der 3. englischen. Und ich würde mal behaupten, er hat nicht unbedingt das zwingende Niveau, um uns weiterzuhelfen. Zumal er damals in der 2. Liga unter Stende auch nicht hundertprozentig zum Einsatz gekommen ist. Und im einzigen wirklich wichtigen Spiel, wo er gespielt hat gegen Union Berlin, auch nicht gerade gut aussah. Von daher nicht so ein Riesenverlust, andere sehen das anders. Ich persönlich denke, dass er seinen Weg bei Barnsley gehen würde, aber bei 96 keine Zukunft sowieso gehabt hätte. Oliver Sorg wechselt ablösefrei zum FC Nürnberg. Das ist ein bisschen schockierend, beziehungsweise nicht hundertprozentig nachvollziehbar. Für mich ganz einfach aus dem Grund, dass Oliver Sorg schlicht und ergreifend ein Spieler ist, der jetzt seit langer Zeit bei 96 ist, in der 2. Liga auch mit war. Und jetzt wechselt aber nicht von 96 zu einem besseren Verein in der Bundesliga, sondern zu einem gleichwertigen Verein in der 2. Liga. Ich weiß nicht, wie viel Gehalt Nürnberg zahlen kann. Ich weiß nicht, ob man hundertprozentig sicher war, dass man mit Sorg weitermachen möchte. Zumal man halt noch Korb auf der Seite hat und sicherlich ein bisschen Potenzial im Backlog. Aber nichtsdestotrotz fand ich es schon ein bisschen komisch. Dazu gibt es das Gerücht um Marvin Bacalorz. Genauso zum FC Nürnberg, was ich gar nicht nachvollziehen könnte. Bacalorz ist ein Spieler, der sicherlich vielen Bundesliga-Teams mit seiner Kampfesstärke weiterhelfen könnte. Das Ding ist, dass er beispielsweise ja aus Paderborn zu 96 kam. Paderborn ist aufgestiegen und die brauchen im Abschiedskampf genau solche Spieler. Dementsprechend wäre das vielleicht eine Rückholaktion wert, wenn sie das Geld dafür haben. Allerdings muss man noch dazu sagen, es gibt viele Vereine, bei denen er weiterhelfen könnte. Von Freiburg über Mainz, über beispielsweise Paderborn, über beispielsweise Union, wenn sie aufsteigen, über Stuttgart. Theoretisch sind das alles Vereine, wo er weiterhelfen könnte. Von daher mal abwarten, ob er bei 96 bleibt. Und eine der Leitfiguren beim Wiederaufstiegsversuch, muss man ja ganz klar sagen, werden wird. Wir haben noch andere Personalien, die eventuell gehen, beziehungsweise bei denen es noch nicht 100% sicher ist, was mit ihm passiert. Unter anderem, sich zu nennen, ist Wallace. Wallace soll ja verkauft werden. Benfica ist interessiert, wird wahrscheinlich nicht die Ausstiegsklausel von 30 Millionen, sondern um die 10 Millionen Euro einbringen. Was natürlich ein schönes Geld ist, einmal um den finanziellen Abstieg auch zu kompensieren. Und natürlich auch noch, um allgemein ein bisschen Geld zu haben, um neue Transfers zu realisieren. Eventuell 2. Liga-taugliche Spieler oder bessere Spieler für die 2. Liga als der aktuelle Kader hergibt. Beziehungsweise Spieler, die bereit sind, alles für den Aufstieg zu tun und die Liga vielleicht auch kennen. Denn die 2. Liga ist deutlich physischer und deutlich kampfbetonter als die Bundesliga. Und ich glaube gerade, Wallace würde die Liga nicht unbedingt gut zu Buche stehen oder zu Gesichte stehen. Von daher ganz gut, wenn der gehen würde. Ja, aber andere Spieler sind auch noch in der Verlosung. Beispielsweise Ivar Fossum, mein persönlicher Lieblingsspieler. Beispielsweise natürlich auch ein Jonatas, der eigentlich viel zu gut ist für die 2. Liga. Ich bin gespannt, was noch passieren wird. Wir haben auf jeden Fall einige Optionen, dass da noch wer geht. Dass eventuell aber auch noch natürlich Leute kommen. Das werden wir alles in diesen Videos hier in den 96-Bits, die werden explizit gekennzeichnet sein, abhandeln. Das war es jetzt erstmal vom 1. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt die Meinung in die Kommentare. Vergesst nicht abzustimmen in den Infokarten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Tag noch. Passt aber auf, bis dann, mach es gut dort rein. Und ciao.